herzlich willkommen bei ademax jenny perrefort mein name wie ihr seht heute mal nicht mit herrn joachim sondern mit einer kollegin und wie man sieht in anderer location in meinem neuen büro mit blick ins lager und wir machen heute fünf fragen in fünf minuten mitarbeiter edition und wir fangen an mit der legendären frau schäfer nadine aber stelle ich gerne kurz selber einmal vor also diese klassische tinder vorstellungsrunde ich bin nadine bin die älteste hier worauf immerhin gewesen wird also das ist ganz großes potenzial hier worauf du selber immerhin muss ich immer genau ja und bin bei ademax ja wie lange bist du denn schon bei ademax ja jetzt wieder ein jahr ich war schon mal bei ademax und dann habe ich mal geguckt was andere unternehmen können und bin wieder zu ademax rückgekehrt zweite frage was sind deine aufgaben hier bei ademax wenn ich das immer wüsste also ich habe ja ich bin am telefon hauptsächlich die e-mails sortiere ich ja und dann überall wo wo ich gebraucht werde springe ich ein und versuche mein bestes brandlöscher brandlöscher sage ich immer das stimmt ja tatsächlich dritte frage was findest du richtig gut hier bei ademax jetzt kommt es also ich mag meine kollegen sehr sehr gerne die das miteinander dass die flachen hierarchien du kannst also immer jederzeit kannst du dich an jeden wenden auch an die chefs immer fragen wenn du ein problem hast das wird immer geholfen du wirst nicht alleine gelassen und ja das schätze ich eigentlich tatsächlich wirklich an ademax sehr und die goodies die man noch nebenbei kriegt so mit so snack automaten auf den ich den ganzen tag schaue und und die getränke getränke auswahl und wir dürfen uns auswählen was wir haben wollen und so weiter also das ist schon ein großes plus gegenüber anderen unternehmen tatsächlich okay gibt es etwas was du nicht so gut findet ja die anfahrt hierhin ich komme nämlich tatsächlich aus emstetten und es war für mich natürlich also total schlimm dass ich jetzt von emstetten nach spelle fahren muss ich hasse die strecke aber das finde ich nicht schön schön ist anders ja aber ich kenne die strecke ja so von daher alles gut okay dann kommen wir schon zur letzten frage tatsächlich gibt es etwas was du schon immer mal fragen oder sagen wollte wo bleiben meine schabracken die auflösung gibt es in einem anderen ja man das wahrscheinlich sogar vor diesem video kommt du hast es noch nicht gesehen na super ok alles klar also auflösung auf youtube zehn fragen zehn minuten mit chef mitarbeiter edition da gibt es die auslösung auflösung zu dieser frage alles klar ich freue mich drauf ja dann war es das tatsächlich schon verrückt vielen dank wenn ihr weitere fragen an nadine habt schreibt gerne in die kommentare wenn ihr andere kollegen sehen wollt schreibt ebenfalls gerne in die kommentare wir haben noch ganz viele wir haben noch ganz viele genau also ran mit euch und wir sehen uns beim nächsten mal dankeschön tschüss